Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Coaster. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und die gestrige Folge ist ja mal mega geil bei euch angekommen. Dankeschön für das gute Feedback auf das Video gestern. Und für alle, die das Video gestern noch nicht gesehen haben, schaltet jetzt an dieser Stelle dieses Video ab. Schaltet das Video von gestern wieder an, damit ihr seht, wie die Achterbahn angefangen hat. Weil sonst ist das ein bisschen blöd, ne? Ihr wisst Bescheid. Also Leute, für die Leute, die jetzt gerade eingeschaltet haben und das Video von gestern gesehen haben, Es geht heute weiter mit der Achterbahn und zwar werden wir heute ein richtig schönes Szenario bauen. Und zwar werden wir die Aliens mit einbauen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefällt. Denn wir wollen ja hinter dem Westerngebiet das Science-Fiction-Gebiet beginnen. Also sprich, wir wollen eine sehr gute Überleitung machen mit einem Alien-Szenario in der Wild-West-Achterbahn oder Wild-West-Achterbahn. Und dieser Vorschlag kam übrigens von einigen von euch in den Kommentaren und deswegen habe ich den jetzt auch mit reingenommen. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch und ich wünsche euch damit viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 wurde. Und ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal viel Spaß mit dem Cinematic und wir sehen uns dann natürlich morgen um 16 Uhr mit dem nächsten Planet Coaster Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut herein. Ciao! Outro Outro Outro